Wenn ich jetzt mal so als Anwalt der Ostdeutschen sprechen darf, man hört ja immer wieder, ja, im Osten, die sind alle rechts. Also, ich sag mal so, es mag sein, dass im Osten mehr Menschen rechtsorientiert sind als in anderen Regionen in das Lande, aber die Frage ist ja, warum? Ja, also why? Warum sind im Osten vielleicht mehr Menschen rechtsorientiert, weil? Weil die sich im Westen nicht gekümmert haben. Ja, logisch, oder? Ich meine, in 30 Jahren nur einmal Begrüßungsheld. Also, also, ich, wie? Da wirst du da automatisch zum Hitler. Ja, so. Aber wisst, es ist natürlich wichtig, dann in einer pluralistischen Gesellschaft, dass man sich dann auch ganz klar abgrenzt. Ich tue das wirklich äußerst rigide. Also, zum Beispiel, wenn bei mir daheim in Dresden, wenn ein Familienfest stattfindet, Geburtstag oder was man so feiert, frohen Leichnam und so. Ich sag dann immer, ganz stringent, wer hier rechts oder wer hier rechtsradikales Gedankengut hat, der kommt bei mir zu Hause nicht rein. Und Weihnachten war es dann so, da haben wir dann zu zweit gefeiert. Also, ich und der Weihnachtsmann. Er ist ja bekanntlich ein Roter. Stellt es sich aber raus, es war meine Tante, Tante Manfred. Stellt es sich aber raus, es war meine Tante, Tante Manfred, Tante Manfred, Tante Manfred, Tante Manfred, Tante Manfred.